Ein herzlich Willkommen hier bei Playafix 17 und ich begrüße euch recht herzlich hier auf meinem Kanal, zurück zu NITOSPIT ANAQUAN 2. Ja, dank meines Rechners, der ja abgestürzt ist, darf ich jetzt die ganze Geschichte nochmal machen, oder besser gesagt, ähm, ja, äh, die Rennen sind jetzt gemacht worden, aber, ähm, hat's natürlich nicht gespeichert, äh, ja, oder zumindestens nur, ähm, in den Abschnitten, wo ich's Rennen, nach dem Rennen halt, diese automatische Speicherung, Erinnerungsgeschichte oder Nachfraggeschichte. Dementsprechend ist natürlich auch jetzt der ganze Rest, äh, verschwunden und, ja, ist jetzt natürlich, hm, Mist, haben wir natürlich nicht weitergesehen haben, was ich jetzt gemacht habe und was nicht. Äh, wie gesagt, ich hab, ähm, Driftfeind gemacht und einen Rundenkurs. Tut mir natürlich leid, aber ändern kann man jetzt an der Sache nichts. Was ich natürlich gesagt habe, ist, äh, ich werd's wahrscheinlich eventuell so machen, dass jetzt straffes Programm kommt, ähm, das weiß ich jetzt paar Folgen, Need for Speed, Unaquan 2 hintereinander und so weiter, aber dazu später mehr. Es ist jetzt nur so eine Ankündigung, ob ich's jetzt mache oder nicht, weiß ich noch nicht, es ist jetzt noch einsternliche Frage. Natürlich wieder mit unseren wohlbegehrten Kursor, ja, wir sollen jetzt dieses, oder wir machen jetzt einen Rundenkurs, 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 wir machen jetzt einen Rundenkurs. Und hier wieder voll der Poser, voll der, ja, der schöne Heckspoiler gefällt mir natürlich. Wer soll sonst auch anders als erstes in die Führung gehen? Natürlich unser kleiner Rennkursor. Ja. Jipp. Und die Grafik find ich eigentlich einfach wieder mal nur zu geil, ich kann's immer wieder sagen. Hab's das bestimmt schon in allen Folgen gesagt, aber naja, gut, egal. Hier ist Nitro. Also die Strecken sind echt hier ein bisschen blöd gemacht. Oh, das kann ich einfach noch nicht verahnen, das wird's sein. Ja. Ähm, ja. Konzentration, Konzentration. Das fehlt mir natürlich wieder ein bisschen so der Faden, das weiß ich natürlich wieder nicht, was ich erzählen soll, weil, ja, ich alles eigentlich jetzt in dem Port, oder in der Aufnahme erzählt habe, was ich jetzt in der letzten Nacht, die abgestürzt ist. Doof gelaufen, ne? Egal. Muss nicht weiter drüber aufgeilen und machen wir das Ganze einfach mal so. Nun gut, äh, eine Sache hat's auch natürlich. Ich hab natürlich übelst abgelost bei dem Twift-Rennen, das sah übelst krank aus, übelst scheiße. War gut, dass ihr das nicht gesehen habt. Wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, weil da hab ich so viel, oh, ich bin zwar Erster geworden, aber echt, äh, ja. Es war schrecklich. Und die Aussicht ist natürlich wieder phänomenal. Und meine Fahrkünste sind immer wieder gräußlich. Ja, ja, so ein Rennen nimmt schon viel Zeit in Einspruch. Da weiß man gar nicht, was man so vieles erzählen soll, hinter den 10 Minuten oder 15 Minuten. Ja, ja, so ist das. Der Corsa-Lack und das Blech hält schon alles aus. Da kannst du mit einem Hammer davor bochen, da geht nichts kaputt. Zumindest bei diesem Modell. Bei dem älteren Modell fährt wahrscheinlich auseinander. Wisst ihr schon das Neueste? Morgen erzähl ich euch mehr. Ja, das war jetzt wieder. Hm, was erzähl ich euch eigentlich noch? Ich hab eigentlich nicht so wirklich viel Ahnung. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Äh, ich hab natürlich jetzt lange Zeit wieder mal keine Videos gemacht. Das ist ganz, ja. Eigentlich nur aus diesem Grund, damit ihr in der Zeit euch die anderen Videos anschauen könnt. Und, ähm, in Ruhe gucken könnt. Und neben Zeichel hab ich natürlich auch noch ein bisschen was zu tun und zu machen. Ähm, und oft viel Lust habe ich jetzt auch nicht immer Videos zu machen, weil da muss ich dazu echt die Laune haben. Wenn ich die Laune natürlich nicht habe, werden die Videos natürlich nichts. Das wäre, das, dazu brauchen wir uns nicht zu streiten. Also, ihr wisst, was ich meine. Wir sind jetzt schon wieder da. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt schon wieder los war, warum jetzt mein PC meinte. Einfach mal das Spiel zu bänden. Keine Ahnung. Oder besser gesagt, zu minimieren. Hm, wer weiß. Heute technische Störung hier auf meinem Kanal. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, wenn man es wundert und rührt und, äh, der ProSuite kommt auch natürlich noch. Keine Frage, ich hätte mich wahrscheinlich nicht für Speed Zockern nennen sollen, als, äh, besonders sehr wahrscheinlich besser gewesen. Boah. Wisst ihr schon das Neueste? Ähm, ne, jetzt ist es wirklich mal was Ernstes, äh, also was ganz Ernstes. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch versagen kann, oder es ist mir wirklich richtig unangenehm, euch das zu erklären. Oder zu erzählen. Also, ich will euch jetzt nicht irgendwie angreifen, oder so. Oder, ganz ehrlich, ähm, euch zu nahe treten. Aber wisst ihr schon, dass Speed Days heute am 25. Äh, jetzt ist es auch schon, am 25. Mai ist. Das Wochenende, der 25. ist ein Freitag. Und, ähm, ja, 25, 26 und 27. ist dann das Wochenende bei Speed Days. Wo? Äh, glaube, Alkos leben wieder, oder so. Weiß ich jetzt noch nicht. Also, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kosten die Karten 35 Euro. Und, äh, ich werde natürlich auch dort sein. Das war natürlich nicht mit dem Corsair. Ja, nee. Nee, äh, ich habe mir natürlich hier ein schönes Auto zurecht gemacht mit dem Kumpel zusammen und hat dann natürlich auch viel Geld gefressen. Ja, das habe ich halt mühevoller Kleinarbeit aufgearbeitet, oder was er sagt, wir. Und da werde ich natürlich auch erscheinen bei dem Speed Days Treffen. Wäre natürlich cool, wenn man sich irgendwie mal sieht oder wenn man sich irgendwie mal ähm, trifft, trefft, wie auch immer. Allerdings werde ich meine wahrscheinlich nur zur Schau ausstellen, oder ja, mal sehen, wie ich es mache. Ich habe da jetzt noch keine konkreten Pläne, also da ist mir noch ein bisschen Zeit, weil ich brauche ja auch erst mal noch, ähm, ich muss noch mal zum, ich muss noch ein paar Sachen machen, da muss ich noch zu Eintragen lassen, und da muss ich noch TÜV machen lassen. Also, anmelden und so muss ja auch noch gemacht werden, also von daher, ja, es geht noch, vergeht noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich wollte es nur schon mal erwähnt haben. Also hat das Video doch tatsächlich fast acht Minuten hier auf dem Plan jetzt hier gedauert. Ja, so ein Rennen hat schon, nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Speeddice, es wird das erste Mal sein, dass ich dort bin, und auch das erste Mal mit Auto. Also, ich war noch nie bei Speeddice gewesen. Ich habe es immer nur gesehen, von YouTube natürlich, von irgendwelchen Rennen, jetzt was weiß ich, von irgendwelchen Autos, die halt da Viertelmeile-Rennen gegen andere gefahren sind. Und, oh, sorry. Und selber, persönlich, dort war ich echt noch nie. Also, vielleicht gibt es ja ein paar Leute unter euch, die das Video jetzt hier sehen, und, vielleicht mal so sagen können, wie das Wochenende, oder wie das generell dort so ist, wie, wann, wo, was anfängt, und so. Das wäre echt mal cool, wenn ihr mir da mal was erzählen könnt. Und, ähm, ja, ganz einfach, wenn ihr mir mal was erzählen, wenn ihr mir was sagen könnt, wie, was, wo, wann da, wann es da losgeht, oder, wo die Zeitplätze, oder, wo halt die Rennstrecke ist, und so weiter. Ich habe echt das noch nie gemacht, und, wäre echt mal cool, wenn ihr da mal was erzählen könnt. Ich bin mal gespannt, wenn man da so alles sieht, ich mein, es ist das erste Mal, wenn es auch schon das erste, to effen, das erste Mal, dass ich dort bin, und, wird bestimmt geil werden, ich hoffe, man sieht sich da mal, und, man kann mal ein bisschen plaudern, oder so, ja, natürlich echt geil, hat man natürlich auch nicht alle Tage, aber, ich hoffe, man sieht sich. Ich verspüre einen leichten Hunger. Also, heute spinnt alles rum, ich drücke die ganze Zeit arg, gell? Aber, was passiert? Nicht viel, jetzt passiert mal was. Eine kleine Show-Einlage noch, so zum Ende hin, hat Frontantrieb, aber ein Burnout kannst du hier nicht machen, das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Das finde ich ein bisschen, hm, na gut. so, dies hierzu, ich bedanke mich natürlich für's Zuschauen, und denk dran, am 25., 26., 27., 5., 2014, und Speedday ist, die Eintrittskartenkosten, glaub, was zwischen 20 und 35 Euro, oder 40 ist sogar, ich weiß es nicht ganz genau, aber, ähm, wär cool, wenn man sich mal sieht, ich bin natürlich auch dort, äh, mit ein paar Freunden und so, ähm, natürlich nicht mit dem Corsa, ich hab mein eigenes Auto, und, ja, deswegen sag ich schon mal, ich bin neutral, und, äh, was zumindest den Automarken angeht, jeder hat seine Meinung, jeder hat seinen Geschmack, und deswegen soll man dies auch vertreten, oder besser gesagt, machen, sein eigenes Ding durchziehen, und, das, was ihm gefällt, gefällt ihm, und fertig. Ich bedanke mich für's Zuschauen, und würde mich freuen, wenn ihr natürlich diese Informationen weiterreichen könnt, oder auch, äh, mein Video weiterleiten könnt, mich abonnieren, mir einen Daumen verpassen könnt, und, ähm, ja, ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video, oder sogar bei Speeddays. Macht's gut, Leute, tschüss, euer Playerfreak.